Hallo Leute, man wollte mich jetzt erpressen. Ich habe da ein neues Glas gesammelt beim Spazierengehen bei einem Sperrmüll. Gold, ein Schwenkglas. Ich habe extra gegoogelt. Das ist ein Schwenkglas. Ah, noch die Blume von vier Schnäpsen, die ich habe heute mit viel Wasser. Ja, war bitter, war lecker. Ich danke dem Herrn für diesen Schnaps. Jetzt kommt es, wie ich das abspeichern will. Kommt, der hat mich schon die Luft. Die lügt nämlich. Das sind Dämonen. Dann Drohner pressen und nötigen. Das ist forbidden.cracker.info. Forbidden.cracker.info. Ich schreibe jetzt eine Mail. Denn die haben mich getehrt, ich wäre ein Schwenk. Ich verbiete dir hiermit in der Luft Schwenkglas. Schreibe. Jetzt habe ich es aber dennoch geschrieben. Weil die Mehrheit im Internet sagt zu solchen Kelchen Schwenkglas. Es haben mir aber den Schwenk gastet. Den hauche ich jetzt mein ganzes Wissen mit diesem Video ein. Wird es immer mein Referrer, mein Bezugsperson sein. Ich erkläre ihm die Situation und sage, ich schreibe dir jetzt eine Nachricht. Darin sage, dass ich über die Luft bedroht werde, was nach BRD-Gesetz verboten ist. Steht auf forbidden.cracker.info. Forbidden.cracker.info. Dreisprachig. Und Zitat am Markt. Du brauchst dich nicht, oder du sollst dich nicht so verändern lassen. Ich war Schüler. Zehnte Klasse. Und ich habe hier den Duden. Dann habe ich hier die Verfassung, das Kluggesetz. Ich suche so dazu, weil ich will mich daran halten. Das andere sich auch daran halten, wie die Sklaverei verboten ist in der Welt, seit die UNO es verboten hat. Wenn sich einer nicht an das Verbot der Sklaverei hält, halte ich mich bei dem im Speziellen auch wieder an nichts. Das sage ich als Stümpfelesmacher und Webmot. Buchstabenkollege und Soldat für die Bayerische Geheimarmee seit über 20 Jahren. Jetzt. Dann liegt noch das Neue Testament und eine Landkarte hier. Ein Buch. Der Vorgänger vom Thun habe ich auch. Ja. Alles, was im Thun steht, dürfen wir nehmen. A im Internet A. Und wenn wir Englisch gelernt haben oder weiße, schöne Haut haben oder dunkle, dann können die Weißschwarzen in ihrem Spieli mit Andrazit und Grauen mit Gris und Grey vielleicht nicht zu umgehen. Aber wir wollen Friede. Ich auch. Bin jetzt gerade ausgerutscht. Entschuldigung. Machen wir weiter. Ich werde dieser Gaststelle jetzt mein volles Wissen in einem Absatz einchenken. Ihr wisst jetzt Bescheid. Lügner sind in der Luft. Dämonen versuchen das Gesetz nicht zu halten. Der BAD mit Nötigung, Erpressung, Drohung zu arbeiten. Nicht Schwenkglas schreiben sollen. Absurd. Und demzufolge, wenn die sich nicht an die BAD-Gesetze halten und die wollten diese Gesetze vielleicht nicht nur umgehen, sondern würden eine Gefahr darstellen für die demokratische, freiheitliche, sagt man so, Grundordnung, dann wäre nach 20.4, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist und es gibt keine anderen Mittel, jedes erlaubt, um Notwehr und Nothilfe durchzuzwingen. Für die Ordnung zum Heil bleiben. Ja, das sind dann wie Terroristen zu bewerten. Vogelfrei. Sagt die. Entrichtet. Sozusagen. Weil dich dann ja uns genau und die Gefahr. Dann, wenn das Grundgesetz, viele. Ja, dann haben wir zwei Satz zwei. Recht auf Leben und Unfallseilheit. Ja, außer Notwehr und Nothilfe, sage ich noch. Ja, wenn im Krieg unter Liebe sei alles erlaubt, Gott bewahre Friede, Friede, Friede für tausend Jahre. Wünsche ich, wünsche ich, leg die Finger zusammen und sage, wünsche ich mir noch würdevoll mit Kameraden immer Marschmusik hören können. Als Buchstabenkollege. Erster habe ich ein Gestell, hier und hier und als Doppeladler, wenn geht. Und merke ich mir und manifestiert sich vielleicht hier. Also bis die Tage, ich habe euch wohl das Update. Ich schreibe jetzt die Mail an diese Gaststätte, vielleicht mehr oder minder, um es zu beenden. Beim Wort schwenken, dass ich es immer sagen darf und ihn als Bezugsperson jetzt informieren und in Kenntnis setzen werde. Ihr habt euch wohl auf all euren Wegen. Wir werden sehen, wie wir werden uns bewegen. Ich helfe Zweifelnden, ihr Glück zu finden über Bestätigung. Haben wir wieder nichts, heißt es morgen um dieselbe Zeit und Orte. Um dieselbe Zeit und Orte. Wir erreichen die Weltherrlichkeit. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Viel Freude, viel Spaß sei auch mit dabei. Viel Glück und viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Viel Freude, viel Spaß sei auch mit dabei. So will ich euch in Erinnerung bleiben. So, so, so und nicht anders. Das ist so und nicht anders. Manuel.kröcker.info ist neu. Manuel.kröcker.info Tschüss, gebt euch wohl diese Tage. Ich sage aber trotzdem, Herrschaftszeiten, Herrschaftszeiten. Amen. Phum.